Ja, bei so einem sensationellen Wetter muss man den Arbeitsplatz einfach nach draußen verlegen. Unser nächster Gast, Tom Gerhard, Hausmeister Kause, ihr kennt ihn und könnt ihm Fragen stellen. Seid kreativ, lasst euch was einfallen, lest unten den Infotext und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Das Tom Gerhard, eure Fragen, aber antwortet! Untertitelung des ZDF, 2020